Hallo liebe Klasse, hier haben wir Winter AD. Hier haben wir das H, hier ist das A und das G. Ich spiele das in meinem Tempo vor und das ist eigentlich wie das gesungen würde. Okay, ein, zwei, los geht's. Übrigens, wir müssen erst beachten, hier und hier haben wir Achttonoten. Achttonoten, das hier ist 0,5 Sekunden lang und der zweite ist auch 0,5 Sekunden lang. Das heißt, die sind zweimal schneller als eine normale vierte Note. Ich spiele nochmal hier, eigentlich ab hier, von aber dein Scheiden macht. Habt ihr das gehört? Die sind zweimal schneller als was vorher gespielt wird und auch was nachher gespielt wird. Ich spiele es nochmal vor. Von vorne bis zur Ende. Eins, zwei, los geht's. Geht's. Und übrigens, sieht ihr diese Klasse quasi so wie eine Läschen. Hier seht ihr es wie ein Läschen. Und hier sieht das wie eine Gramasse aus. Das heißt, das ist eine Bindung. Das heißt, ich stoße nicht die Noten an. So, ich gebe dir hier, guck mal. Anstoßen, 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 Länge aushalten für drei Sekunden. Und anstoßen, 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 zwei, drei. Und anstoßen, 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 binden, binden, anstoßen. Hier müssen wir, die Bindung klingt so. Ich mach's nochmal. Keine Anstoß. Das heißt, die Noten würden nicht inzwischen getrennt. Wenn eine Bindung gibt, das heißt, die sind gebunden. Die Luft geht weiter. Die Zunge macht keinen Anstoß. So, letztes Mal. Eins, zwei, los geht's. Und das war's. Viel Spaß beim Üben. Die Mitternachtung di